Die 5 besten Malm Kommode Organizer im Vergleich Ich bin sehr zufrieden mit dem InnoGear 12 Stücke Schubladenveranstalter. Die Stiftablagen und Kunststoffaufbewahrungsboxen sind perfekt für die Organisation von Schreibwaren und Besteck auf meinem Schreibtisch oder in meiner Küchenschublade. Die transparenten Boxen erleichtern die Identifizierung des Inhalts und sind ideal für die Aufbewahrung von Make-up-Tools. Die Veranstalter sind robust und einfach zu reinigen. Insgesamt würde ich dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einer praktischen und platzsparenden Lösung für die Aufbewahrung sucht. Ich benutze seit einigen Wochen das Schubladen-Organizer-Set, um meine Küchenschränke aufzuräumen und bin sehr zufrieden damit. Es ist einfach zu installieren und verstellbar, und ich kann jetzt alle meine Utensilien ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Das rosa Kunststoffmaterial ist langlebig und sieht auch noch schön aus. Ich habe sogar noch ein paar Sets für meine Schränke im Badezimmer gekauft. Insgesamt würde ich dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie ein einfaches und effektives Organisationssystem für Ihre Schubladen suchen. Ich habe vor kurzem das Live with 25 Stücke Schubladen-Organizer aus klarem Kunststoff gekauft und bin absolut beeindruckt von der Qualität des Produkts. Die Schubladenteiler passen perfekt in meine Schubladen und sind sehr praktisch, um meine Make-up-Artikel, Schmuck und Gadgets zu organisieren. Ich benutze sie auch im Büro, um meine wichtigen Dokumente zu halten. Die Boxen sind sehr langlebig und leicht zu reinigen, was sie zu einem idealen Produkt für den täglichen Gebrauch macht. Ich empfehle das Live with Schubladen-Organizer jeden, der nach einer einfachen Lösung sucht, um Ihre Schubladen organisiert und aufgeräumt zu halten. Ich habe kürzlich das Amazon Basics Schubladen-Organizer-Ordnungssystem für Kleidung gekauft und ich bin total begeistert. Das 6er Set ist perfekt, um meine Schubladen aufgeräumt zu halten. Die Organizer sind faltbar, was es sehr einfach macht sie zu verstauen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Die Qualität der Materialien ist sehr hochwertig und sie passen perfekt in meine Schubladen. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine einfache und effektive Möglichkeit sucht, um Kleidung und andere Gegenstände zu organisieren und aufzubewahren. Ich habe das With-O-Send 8er Schubladen-Ordnungssystem gekauft und bin wirklich beeindruckt. Das faltbare Aufbewahrungsbox-Design ist einfach zu bedienen und passt perfekt in meinen Kleiderschrank. Die Schubladen-Organizer helfen mir, meine Kleidung ordentlich und übersichtlich zu halten, einschließlich meiner Unterwäsche, BHs, Socken und Krawatten. Ich liebe auch die Flexibilität, die Schubladen-Trenner zu verschieben, um verschiedene Größen von Kleidungsstücken zu passen. Insgesamt würde ich dieses Produkt definitiv anderen empfehlen, die ihre Kleidung leicht organisieren möchten. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.